Norddeutscher Rundfunk 2021 Wegen Stress und KC beim Zahnarzt vorletzt. Der hat mich aufgeregt. Ich lege auf dem Schrag, er gusselt mir eine Schnurre. So, Herr Friedli, hat sie gehört. Bündner, gell? Wir machen Olympische Spiele zu Graubünden. Wollte ich sagen, aber er ... Wissen Sie, kleine, feine olympische Spiele? Wollte ich sagen, das könnt ihr vergessen, klein und fein. Aber in diesem Moment sticht er mir ins Fleisch. Ich habe nicht mehr gesagt, dass du ein super Sech für das Gewerbe und den Tourismus hast. Ein, 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 ein ... Ich wollte sagen, ein solcher Scheissdreck. Wie habt ihr den kleinen auf ihn? Ist okay, nur über das halbe Feld und herabzufahren mit Jottenhocker. Olympia geht nicht ohne Beton, Morrey und Landebahn. Aber diskutier doch mal mit ihm, während er dir in den Mund herumgröbelt. Der ist am längeren Hebel. Zuletzt stellt er noch Rechnung. Ich habe mich selbst beruhigt. Ich habe es schon gemerkt. Es war einer dieser Moment, in denen ich sage, es ist gut, Benzt. Wir müssen schnell durchatmen. Wir müssen schnell nicht schiessen. Es ist gut. Wir müssen schnell oben runterkommen. Ich habe es schon gemerkt. Aber er hat ihm gerne gesagt, «Vergiss deiner kleinen, feinen olympischen Spiel!» «Olympia ist monströs!» «Da kannst du schnell so gut sagen, wir drehen Porno ohne Nacktszene!» Geht nicht! Geht nicht! Geht nicht!